Salute, jetzt willkommen zum Teil 2 von BigFoot. Wieder Miss Suskely. So, jetzt wollen wir mal gucken, du nimmst den. Oder den schwarzen, ich weiß noch nicht, dann sterbe ich immer als erstes. Bist auch letztes mal als erstes gestorben, auch wenn du nicht den hattest. Bist bereit? Können wir so machen? Oder wollen wir eine andere Map mal aus testen? Mehr wie Eisgebiet aus, ne? Ne, man, ne, man, lass mal. Aber wir müssen erst die erste Map durchspielen. Ich kann sagen, wir müssen doch erstmal eine Sache schaffen. Spawn eigentlich die Waffen oder Munitionen wieder nach eigentlich? Kein Plan. Weil, ist ja Quatsch, weil wenn du daneben schießt oder so, hast du immer keine Muni mehr, was willst du dann machen? Pech gehabt. Ach ja, ne, 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 in den ganzen Häusern und so, liegt noch Muni rum. Du musst halt extrem viel rumlatschen und Sachen da gluten. Ja, aber irgendwann ist auch das vorbei. Was ist, wenn du keine Muni mehr hast, was dann? Ja, dann würde ich mal sagen, PGH. Alter, ich muss mal die Empfindlichkeit hier an der Maus mal kurz einstellen. Ja, man, mein ist auch ein bisschen hart. Nein, mach doch die nicht zu. Kameras mitnehmen. Viel Spaß mit dem Fleisch, was noch drin ist. Oh, wie schnell wir einfach weglooten hier alles. Ich will nur überlegen, wo wir nochmal das Licht anschalten. F. F, ne, ja. Ihr wisst, dass es gleich ziemlich schnell dunkel wird, ne? Ja, Mann, weiß ich. Klar doch. So, ich bin der Krülle frei bei mir. Ganz schnell beeilen. Die Sonne geht jetzt schon unter. Also, dass du anfängst, wenn die Sonne schon untergeht, das ist echt hart. Äh, lad das Gewehr aber bitte nochmal durch, bevor du jetzt hier anfängst, ne? Ja, und jetzt müssen wir direkt wieder loslatschen und irgendein Häuser finden, ne? Ja, ich wollte gleich zum Sumpfhaus, oh. Ich hab ein Tier, ich hab ein Tier. Ja. Ja, egal. Lauf, 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 lauf. Mach's no scope, bitch. Äh, und bald über die Muni. Du hast ja letztes Mal gesehen, wie wenig das gebracht hat gegen den einen. Ach so, ein Hardcore Bigfoot, ey. Auf welche Schwierigkeit hast du denn eingestellt? Ich konnte keine Schwierigkeiten. Entweder wir waren das oder der Bigfoot ist auf der linken Seite. Ach, ach, alles gut, das waren wir. Brauch ich mal. Wenn, dann schreie ich gleich ganz los. Da kommt wieder Slipgas. Alter, meine eigenen Claps machen immer so Angst, weil die immer von irgendwo hinter mir kommen. Ja. Ist da auch schon vergaß? Ja. Jetzt noch ist es echt entspannt, Mann. So. So. Fange hier mal gleich alles an zu looten. Du musst doch auch mal denken, dass ich auch was brauche. Ich guck doch grad nur, was es hier so gibt. Kenn ich doch. Und ich habe ein Erste-Hilfe-Set, ja? Dann darf ich mir doch mal eins nehmen. Engel? Guck, du lootest doch auch dick. Natürlich, weil du hast letztes Mal alles hier weggenommen. Du gar nicht. Ja, klar. Okay. Gehen wir jetzt lang? Warte mal gucken mal auf dem Map. Kann man hier irgendwelche Markierungen setzen? Nee, ne? Ja, du kannst aber eine Kamera setzen hier. Ja, nee, das bringt uns nicht. Ich meine, woanders auf der Karte, wo wir hingehen oder so. Nein, kannst du nicht. Ja, deswegen. Lass mal in Richtung. Ganz nach Norden. Ganz nach Norden ist da so ein Weg, der nach oben geht. Ja. Da könnte wieder noch ein Haus sein. Was ist jetzt davon? Okay. Dann, wo ist Norden? Da, wo ich hingucke. Ja? Ja. Stimmt. Ich bin der Meinung, dass ich grad was gehört hätte. Ja, hier ist ein Fuchs. Ich kann ja hier diesem Weg folgen. Das soll doch irgendwo ein Weg sein hier. Ich hab ja schon Bock. Da kommt der Bigfoot. Und holt dich von der Seite. Der nimmt mich gleich von der Seite meinste? Ja, der springt dich an und rammelt dich. Okay, ich möchte gerne bitte ab jetzt immer hinter dir laufen. Und wenn er von hinten kommt, bin ich froh, dass du hinter mir bist. Es ist der Salbero! Ein Bär! Peace! Gibt's ja nicht ey! Macht der Bär schon so ein Radau! Ja, nimm dir ein bisschen Miet mit! Da waren wir direkt von dem Bär gegessen, Mensch! Da waren wir direkt von dem Bär gegessen, Mensch! Das guck ich auch nicht. Einfach ranhalten und... Ey, Willy ist da! Willy, 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 Willy ist da! So. Hallo? Würdiger? Ja, ich versuch grad die Waffe auszubinden, aber er macht das nicht! Äh, zwei drücken. Jetzt hat er sein Geld. Schmeckt gut! Möchtest du auch was haben? Einmal da rüber lecken, das ist echt... Lecker! Boah, die fliegen, die fliegen mit meinen Ohren rein! Ein tiefer, dunkler Wald! Oh! Haben wir hier! Erste Hilfeset für dich! Perfekt! Was dürfen wir hier alles nicht machen? No fireworks! Oh scheiße, wir dürfen keine Leuchtpistolen schießen! War's das hier schon? Haben die Elbte der Muni schon verprasst nur an so'n verkackten Bär, ey! Ja, Mann! Ja, hier ist ne dicke Felswand, hier geht's nie weiter! Ja, dann ist die jetzt zu Ende! Ja, super! Oh, schon hatte ich gute Idee! Sei vorsichtig! Ich bin das letzte Mal gestorben, als ich irgendwo so runtergejumpt bin! Ich werde damit gehen auf den Weg und dann gehen wir nach rechts! Vom Weg aus! Ja, aber ich weiß, dass wir hier nicht so hochgekrabbelt sind, sondern ab und runter, das Ding! Also, bin ich nicht weit! So, wo ist denn der Weg hier? Na, das Weg! Oh, wieder ein Bär! Oh, was haben wir denn hier? Sollen wir hier zufällig drin pennen oder so? Kann man sich irgendwie hinhocken vielleicht? Hier ist ne Nachtsichtkamera! Hast du gehört? Was? Wo? Hier ist ne Nachtsichtkamera drin, hol sie dir! Solltest du schon einer haben, ne? Na, ich hab schon einer! Glaub ich nicht, weil ich muss mal austesten! Wie lockt man sich denn nochmal hin? Wo war's das schon? Ja, anscheinend! Ah ja! Was machen wir hier eigentlich? Ja, fahr nicht durch! Du blockst nicht! So, erstmal müssen wir auf den Weg raufkommen! Was für ein Weg? Guck doch mal unten links auf die Karte! Ach, du willst den Weg entlang gehen? Ja! Wenn man hier einen Weg finden würde, hier ist er! Noch einer! Ey guck mal, soll ich dir mal kurz ne neue Frisur machen hier? Ja! So, guck mal, Friseur geschnitten hier! Oh, ne Umstand! Hier ist noch einmal Muni für dich oben! Oho! Ja, aber man muss ja nicht alles nehmen! Danke! So, wieder ab auf den Weg hin und dann weiter! Ja! Wollst du mich wieder reinbeten oder was? Warum? Ich dachte, du kommst dann mit! Wie das klappen können! Irgendwas rasch ist bei mir! Bitte helfen sie mir! Oh, hier ist nur eine Mauer! Ende der Karte! Kipping! Kipping! Klettern! Ja, ich bin aber jetzt nach oben hier! Die Spackos! Oder wollen wir oben lang? Du kannst da oben lang rumlaufen! Dann decken wir so beide Wege ab jetzt! Dann können wir... Ich bin für Loot! No Climbing! Ich darf also schonmal nicht klettern! Schade eigentlich! Ha! Schießt du? Ja! Bigfoot? Nein, Wolf! Mann! Mein armes Herz! Was zum Fick ist das? Das war ein Bigfoot! Ähm, muss ich jetzt Angst haben? Nein, er ist bei mir unten! Hm! Musst du jetzt Angst haben? Ja, ja! Nicht wohl! Ja! Alles klar bei dir? Ja! Hast du nicht gerade gegessen? Ich kann gerade überlegen! Ich steck das mit der scheiß Drohne noch nicht ey! Kannst du die nicht irgendwie starten oder so? Ja, versuch ich ja gerade! Aber ich weiß ja nicht wie! Wieso kann ich jetzt die Drohne kontrollieren? Ähm, snap! Ich hab schon! Ich hab schon! Ich hab schon! Oh! Aber hier vorne war er! Knurrt der Wolf hier so? Oh, der Wolf knurrt hier so! Du kannst auch gleich nehmen von Wolf! Das ist ganz cool mit der Drohne! Sollte ich öfter machen! Sollte ich öfter machen! Weil mich knurrt er nicht mehr! Und war oben irgendwas? Nö! Nur ein Aussichtsposten wo ein paar Signalfackeln waren! Ja, super! Den Bigfoot habe ich jetzt auch nicht gesehen! Nein, ich aber! Aber nicht gesehen, aber gehört! Ja, ich oben auch, aber... Da ist er! Da ist er! Ich mach mich auf! Dauer! Nein! Nein! Bin tot! Ich hab keine Muni mehr drinne! Dann belebt mich wieder! einträge abholen die heilen war es klar bei dir ja da hatte ich echt gut aufgegessen ich war schon durch den wolf und den bären lowlife hast du schon daran gedacht dass ich gegen den bär gekämpft habe und noch gegen ein wolf ja alles gut ich meine nur so aber dass der nicht umfeld bei den ganzen kugeln die wir reindrücken ne guck dir mal wie viel leben wir den abgezogen haben ich weiß gar nicht wo war das angezeigt ach da oben ach du scheiße dachte ich mir auch gerade so wir brauchen viel mehr munition oder mehr leute die gleichzeitig auch nicht schießen bis zu vier oder fünf leuten kannst du spielen oder nicht aber ich glaube du kannst natürlich frau den schwarzen den japaner und den anderen also vier die haben den ersten toten im media er hat aber auch wusen ich glaube ich konnte steht auch wusen das ist also ein weiterer der hier in den wäldern rumläuft ich weiß nicht wir jagen hier gerade echt mit der werden das glaubst du nicht so Was für ein wunderschöner Park, oder? No fishing! Kann man schwimmen? Ja. Gut, dass du es austestest, ich wusste es nicht. Ich dachte, ich sag jetzt zwar ja. Hat auch gut funktioniert. Hier ist ein Kanu. Wollen wir Kanu fahren? Ich finde es nicht. Ich habe auch die andere Seite. Oh cool, hier ist ein Lager. Und bei mir ist wieder ein Bär. Bei mir steht wieder so eine Willi. Achso. Und bei mir ist wieder ein Bär. Ich bin ein Bär. Ich bin ein Bär. Ich bin ein Bär. Ich bin ein Bär. Und bei mir ist wieder ein Bär. Ich bin ein Bär. Ich bin ein Bär. Ich bin ein Bär. Ich bin ein Bär. zwei schüsse auf den kopf er war weg jetzt habe ich drei schüsse gebraucht wir müssen auf kopf zählen auch wahrscheinlich beim backfoot müssen wahrscheinlich auch auf kopf zählen damit der schaden macht ja ich glaube auch dann versuch mal ihn auf den kopf zu treffen im moment wenn er so auf dich geht ich habe gerade ein bär mit einem messer erlegt das noch mal ich habe es nicht gesehen hier ist ein tisch aber jetzt absolut nichts hat sich hier zu kommen bei mir ist eine höhle um eine Termine er wie weit bist du denn weg mann aber man muss so und erste hilfe z wenn ich jetzt Bigfoot vergewaltigen will was willst du dann machen lachen und zusehen oder was was sagst du denn hier ist man relativ safe muss ich sagen ja ja warte ich komme da auch noch irgendwer ist hier links neben mir irgendwas anderes ich laufe einfach mach ich auch panik vor meinen eigenen schritten wie immer ab hier ist man relativ safe weißt du weil weiter als das untere teil kommt der bigfoot nicht rein wird sich mal auch man könnte hier ihn in der falle locken ich will hier mit genau hier eine kamera hin oho was haben wir denn hier ist ein hausley oh hier liegt noch einmal die gewehr munition für dich drinnen ja warte ich komme er ist hier echt nicht mehr doch eine hängematte sprühdose lampe erste hilfezeck signal flassen ich finde die ganze zeit noch was also ich weiß nicht was du hast Aurig ok du hast zu oh undergrad man kann die sachen anzünden und dann wird hier übelst heiß auf einmal geh mal zum fucking ofen hin man rin 42 Grad Na du heißes Luder Ich sehe dich Ich sehe dich immer noch Egal wie du dich versteckst, ich sehe dich Ich sehe dich immer noch Wo ist die Krone? Ich hole sie vom Himmel Nein, aber die Kamera ist da hinten am Eingang der Höhle Ja, stimmt, stimmt Nein Damit bin ich das letzte Mal gestorben Ernsthaft? Was denn? 21 Uhr, Mann Ja Ich bin wieder auf dem Weg Da habe ich den Wolf getötet Kannst du Fleisch wieder rausnehmen, wenn du möchtest Ne Ich habe genug Ist aber auch so gut wie gar nicht schreckhaft, ne? Äh, Hilfe Oh ne, das ist wieder der Wolf Der mich hier anknurrt Rechts war Licht Ja, ich sehe es auch Geh wieder hin Hilfe Ich bin tot Von dir braucht man wirklich keine Hilfe zu erwarten, ne? Das ist echt schlimm Hä? Ich habe ihn einfach nicht gesehen Aber ich habe ihn mit dem Messer erlegt, ja? Ja, das bringt ja auch viel Naja, du sparst halt Gewehr Munition, ne? Zugluft 1 Was ist das für mich für ein Zugluft? Hier ist nichts Na, du siehst du irgendwo Loot oder so? Nein, deswegen ja Also Es hat keinen Zugluft Warte, wir gehen einfach weiter Die Wege sind immer so ganz komisch hier Auf jeden Hier wird die Karte gleich nicht mehr angezeigt Unten links die Karte, weißt du? Ja, wann? Nein, da kann man auch nicht runterklettern oder so, ne? Aua! Das ist mir wehgetan Echt, hast du da nicht Schaden bekommen? Nein, aber dennoch Hörst du das aus? Hörst du das aus? Muss ich ein bisschen flutsch flutsch machen von hinten? Warte, wir müssen... Da ist ne Mauer Ei, ei, ei Ich muss gucken, wie wir auf die andere Seite kommen Den zu finden ist aber echt schwer, oder? Eigentlich müsstest du an jeden Ort, wo wir waren, am besten eine Kamera hinstellen, weißt du? Na, ich bau jetzt hier einfach mal eine Kamera auf Das klingt ja gar nichts Ich bin infrage Ich bin infrage Ja, einfach mal ein, der hat sie nicht. oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh i'm really there warum sind denn hier überall willis denn gesundheit ich will so eine plattform jagdkorn 4 eine packung magazine war hier nur drin überlegen kann man hier um die kamera aufstellen ich habe auch noch profis aus manchmal es war falsch jetzt halt nicht das könnte ich unten halt auch dann kann hier nicht gesetzt werden wir können dass sie nicht gesetzt werden ja hier hin dabei habe ich hier gerade ein lagerfeuer aufgebaut warte mal stehen wie viel leben hast du eigentlich weil da steht die ganze sache dass ich dich heilen kann deswegen ja das wird ja auch immer eintrag geben oder so ein scheiß man könnte gleich mal ganz nach rechts auf der karte oben weißt du da meinst du hinten ja neben unser lager oben meistens recht daneben hindu ich bin ruhig schon der betrug hat sich aber auch nicht mehr zeigen lassen wird angebellt hier ja ich auch die ganze zeit deswegen boah hör doch auf jungs moin moin dogo ich rufe gleich zurück habe ich ja Vielen Dank. Wer ist das denn hier schon wieder? Haben die Siegel weggefunden. Hier lag nur eine Sache drum. Da lag in dem Rucksack mal eine Rakete. Achso, ja. Ach, so viel ist das hier jetzt nicht, ne? Nein, ich habe auch mehr erwartet. Ja, hier sind nur noch mehr Hölz. Hier ist wieder ein Wall-E. Ein Wall-E? Ein Wall-E. Okay, ich bin gerade halb gestorben. Was hast du denn gemacht? Bin irgendwo abgebounced und bin nach oben geflogen. Okay. Was ist das komische Sachen? Ja, Mann. Und dann war ich so kurz richtig lowlife. One-Hit bei jedem Tier. Ich habe keinen Waschbär gesehen. Da kommen aber viele Tiere einmal um die Ecke. Da war ein Waschbär. Ich habe ihn auch getroffen, aber irgendwie sterbt noch ein Schuss nicht. Das ist kurios. Höchst interessant. Also, ich kann ruhig mal wieder ein bisschen Action hierher. Sehr langweilig, ne? Ja, backward, backward. Na, wir wollen ihn auf der anderen Seite ihn getötet. Also, der ist wahrscheinlich wie auf Wanderschaft. Aber pro Wandern. Kamera. Kann man die Kamera irgendwie wechseln? Ich habe auch noch eine Kamera aufgestellt. Oh, bei unserer Kamera 2 ist ein Wolf. Ja? Ja, drück mal auf 2. Und da. Wie viel ist? Ja, bei 3 sind wir beim Thorn. Ja? Und 4, 5, 6, 7 und 8 gibt es noch nicht. Mit rechts kannst du ranzoomen mit der Kamera. Ja, ich weiß. Habe ich auch gemacht. Und 4, 5, 6. Ja, ich weiß. Da müssen wir das nächste mal das Gewehr mit Tracking-Kugeln durchladen, würde ich sagen. Ich habe jetzt in meinem Gewehr Tracking-Kugeln drin. Bitte helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir, er kommt zu dir glaube ich, äh getrackt ist er, getrackt ist er, getrackt ist er, getrackt ist er, nein hängt die noch nicht fest, hinterher dem roten Punkt. Lauf mal weiter links lang, versuch den mal abzufangen oder so. Oho, der geht da rein, der geht da rein, der geht nach oben. Nimm mich mal kurz hoch. Wo bist du? Hinter dir. Danke kurz, bleib mal stehen, kann ich auch noch hier hin oder so, bleibst du voll live. Ich bin fast voll live, brauchst nichts. Einen Angriff halt ich noch aus. Okay, dann nehme ich mal kurz den Heal. Aber wir haben ja nicht viel abgezogen, ne. Ist der noch getrackt, ja ist er. Aber jetzt ist es weg. Bei mir ist er noch getrackt. Oh ja, stimmt, stimmt. Der ist bei unserem Basislager, ne. Ja. Okay, ich mache die Tracking-Kugeln erstmal wieder rein, ne. Ah, der ist durch den Sumpf entkommen, der Junge. Okay, jetzt ist er. Ne, er kommt wieder auf uns zu. Hallo. Ist er hier irgendwo vor mir? Hallo. Da hinten läuft er. Ich glaube ich habe getroffen. Ich hau die anderen Gewehr-Munition wieder rein. Hallo. Was ist Spundel los, Spundel los, Spundel los, Spundel los, Spundel los, Spundel los. Hey du Pfeife. Wo bist du? Boah, das ist ja jetzt ein bisschen spannender, ne. Ja, das ist spannender. Kann ich mir sprinteln? Ich auch nicht. Bleib doch hier, Appel. Hey, was ist das für eine Scheiße hier, ey. Jetzt wo man uns mal eilig hat, ne. Ja, bleib dann jeden verfickten Baum hängen, ey. Warte lieber auf mich. Dieser, der dich gleich wieder hat, weißt du. Und ich muss dann wieder hinterher. Wir sollten vielleicht mal eine Ausdaueranzeige hier mit einbauen, ey. Das ist halt echt so. Ich geh noch mal weiter, also echt. Wird noch getrackt, ja. Auf der anderen Seite. Ich geh jetzt. So ein Fick ist er. Ich hör ihn aber. Ich seh ihn nicht. Irgendwie an uns vorbeigesprintet. Läuft er. Ja. Ah, der Wald, der behindert die Sicht. Kickfoot. So lange er noch getrackt ist, ist ja egal. Ja, ich hab auch schon wieder die Tracking-Kugeln drinne. Irgendwie über die richtigen Kugeln. Aber einer muss ihn ja durchgehend irgendwie tracken damit, wenn wir herkommen, ne. Ich hab leider keine Ahnung, wie lange diese Tracking-Kugeln halten. Lassen wir das mal aus. Mein Gott. Vielleicht reicht das die ganze Zeit aus. Dass man ihn tötet. Man. Er läuft im Kreis, ne. Das ist echt. Ey, ich werd durch jeglichen Baum hier grad Bigfoot kriegen. Oder ist das so vom Spiel vorprogrammiert, dass sobald man Bigfoot jagt, die Bäume den Weg spawnen. Was hältst du, wenn wir eher nach rechts laufen und dann ihnen den Weg abschneiden? Ja. Gute Idee. Sonst laufen wir ihnen die ganze Zeit immer wieder hinterher. Echt, der ist bei dem kleinen Hüpfer? Hm, da sind wir noch. Schönen mal wärst, wenn er sich noch heilen kann, weißt du. Oh, er ist glaube ich angehalten. Komm jetzt hier nach rechts abbiegen, Mann. Track-Kugel ist aus, aber der müsste ja gleich da kommen, wenn wir immer weiter gerade ausgleich laufen. Mann, aber ich kann ja nicht mehr laufen, das ist ja der Bescheid. Nimm mal wieder die Track-Kugel rein. Du oder ich. Lauf nicht so weit nach links. Lauf lieber geradeaus. Lass ihn lieber. Komm, wir stehen. Da ist ne Kreuzung, da warten wir gleich auf ihn. Ja, ich muss aber erstmal laufen können, weil wir halt stoppt die ganze Zeit. Ja. Gleich bei der Kreuzung warten wir. Wenn wir Glück haben, ist dann noch nicht an uns vorbei. Ist noch ein Bär. Ich geh weiter nach links da auf die Karte hoch, falls er weiter oben noch kommt. Oh. Sorry. Reflexschutz. Was klar, dann warten wir mal. Vielleicht kommt er noch bei uns vorbei. Ja. Du hast da die Nachtsicht-Kamera. Ja. Nutz die nochmal. Ich seh ja nichts. Tag 1. Ich glaub er ist noch vorbei. Ja. Glaub ich auch. Naja gut, dann ich würd sagen. Oder er ist stehen geblieben. Aber ich würd sagen für heute. Ja. War nicht schlecht. Das war schon mal besser als davor. Äh. Was ist er? Was ist er Wolf? Keine Ahnung. Na gut, wir machen jetzt mal aus, ne? Ja. Ja. Okay. Okay. Vielen Dank.